Komponierende Saniterde hat viele Klänge und ist vielfältig und bunt Musik ist Kommunikation das wussten wir schon Menschen zentrierter Klang hilft über kurz oder lang die Welt zu bringen in eine Balance dies ist für alle Menschen eine Chance Musik Donaueschingen 2010 war angenehm und nett wir hielten einen Überblick zum modernen Streichquartett ob Mikrotonalität oder New Complexity ob Zwölftel-Tonstimmung oder Geräuschfantasie viele Ideen viele Ideen mit Streichquartett wurden Klang ob Vorträge oder Free-Jest ob Orchester mit Chorgesang der menschliche der menschliche Faktor leitet die Fantasie eine humane Konstante lehrt die Anthropologie Sinnlichkeit gibt Sinn jedem Leben das Geben hilft dem Andern so ist das eben ein Motto für neue Musik wäre gescheit das Motto sollte heißen neue Sinnlichkeit das Internet das Internet als Musikinstrument wird bald klingen wir musizieren oder kommunizieren ob wir schreiben oder singen die Vielfalt hilft uns leben und das ist auch der Grund wir leben global local und unsere Erde ist bunt Am Abend herrschte Hunger in Donau-Eschingen Studierende helfen sich und Hund Döner-Eschingen vielen Dank für Speis und Trank in Döner-Eschingen vielen Dank für den neuen Klang in Donau-Eschingen Thank you very much Thank you very much to all of you in Donau-Eschingen Thank you very much to all of you in 2010 in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen in Donau-Eschingen